Ja, eine junge Frau habe ich nur vergessen. Ich weiß nicht, ob die vorgestellt werden muss. Elina, ich glaube, als mehrfache Weltmeisterin wird jetzt morgen das zweite Mal gegen Jasmina antreten. Zehnmal zwei Minuten wird, ich glaube, auch ein Megafight werden und alle Leute sind schon darauf gespannt, wie es diesmal ausgehen wird. Man muss dazu sagen, Jasmina hat sich mega entwickelt, hat vor ein paar Wochen, ich habe das schon der Presse mitgeteilt, seit ein paar Wochen noch gegen Melanie Zwecker in Karlsruhe gekämpft und ein unentschieden zu Hause, ich glaube, da machen wir uns nichts vor, Jürgen, heißt eigentlich verloren. Wenn man Melanie Zwecker gesehen hat nach dem Kampf, dann wusste man eigentlich schon ganz genau, was da los war, dass Jasmina da sicherlich gewonnen hat und ist vielleicht auch ein Grund, warum Zwecker nicht antreten will gegen Elina. Deswegen, umso mehr bin ich froh und umso mehr gebührt eigentlich Jasmina ein Applaus, dass sie nochmal antritt gegen Elina. Der Fakt ist, dass wir Sport liefern wollen, das ist das A und O, was wir möchten. Elina möchte zeigen, dass sie in der Welt, in dieser Gewichtsklasse ganz oben mitmischt und da geht es nicht ums Geld. Wenn wir da mit Amerikanern, mit Kanadiern, mit Mexikanern verhandeln, das ist alles witzlos. Die haben alle Vorstellungen von Börsen, das ist absolut witzlos, da brauchen wir überhaupt nicht mehr reden. Fakt ist, dass wir Sport liefern wollen und das werden wir auch morgen wieder sehen, dass da der Bessere gewinnt und dass hier keine Kämpfe bei uns geschoben werden, dass wir keine Opfer einkaufen, wie es so oft gesagt wird, Thyssen kriegt ja immer leichte Gegner. Ja, ja, klar, Thyssen kriegt leichte Gegner. Bloß, das komische ist, dass keiner Elina stärker mal sehen will. Der Coach und Manager von Jasmina Natsch. Jasmina sitzt direkt daneben. Einigen vielleicht schon bekannt, ja, genau. Einigen vielleicht schon bekannt vom letzten Kampf, der vorletzten Kampf, Entschuldigung, in Aalen. Sie hat gegen Elina schon gekämpft, einen sehr guten Kampf gemacht und da haben wir ihren Lebensgefährten noch da. Ich weiß jetzt leider den Namen nicht, aber der junge Mann, der verletzt ist an der Hand, den meinte ich dann. Ja, aber von daher. Exakt 57 Kilogramm für Jasmina Natsch. 25 Gramm runter, das kann man auch so anlassen. So. Da wollen Sie sich auf einmal drängeln. Ach, ist immer nach klein. So, Elina bringt exakt 56,7 Kilogramm auf die Waage, ist Ihr Kampfgewicht, Ihr Wohlfühlgewicht, da fühlt sich ein Schriftsteller am besten. So, Flieger ab, Face-to-Face-Foto noch hinterher. So, es war noch ein Schriftsteller am besten. Ja, also ein Schriftsteller am besten. So, es war noch ein Schriftsteller, aber auch wir jetzt hier an. So, es war noch ein Schriftsteller am besten. Vielen Dank.